Der Inspizient ist eine Dienststellung in der Bundeswehr. Er ist ein vom Stellvertreter des Generalinspektors der Bundeswehr oder einem Inspekteur eingesetzter Offizier, der ihn in speziellen Fach- und Aufgabengebieten bei der Wahrnehmung der Dienstaufsicht unterstützt. Dies erfolgt beispielsweise durch Inspizierungen oder Truppenbesuche. Geschichtliches Die Pflicht zur Dienstaufsicht hat auch schon in früheren deutschen Streitkräften zu einem System militärischer Inspizierungen geführt. So war das militärische Inspizierungsrecht durch Art. 63 der Deutschen Reichsverfassung dem Kaiser beigelegt. Bei der Obermilitärexaminationskommission waren drei Inspizienten, zum Teil inaktive Stabsoffiziere, angestellt. Inspizienten der Bundeswehr von den Gründungsjahren bis in die 1990er Jahre. Beim Heer bestand zunächst ab 1956 eine selbstständige Gruppe Inspizienten beim Truppenamt, die dessen Leiter direkt unterstellt waren. Mit Aufbau des Heeresamtes in der Heeresstruktur II wurden Anfang 1960 die Dienststellungen der Inspizienten für die Waffengattungen des Heeres eingeführt. Die Generale der Waffengattungen waren zugleich Inspizienten. Truppendienstlich unterstanden sie dem Amtschef Heeresamt fachlich dem Inspekteur des Heeres, bei dem sie direktes Vortragsrecht erhielten. Sie hatten ihrerseits direktes fachliches Weisungsrecht gegenüber den Schulen des Heeres. Vergleichbare Dienststellungen fanden sich auch in den anderen Teilstreitkräften. In der Luftwaffe waren die Inspizienten Teil des Luftwaffenamts. In ihren Fachaufgaben unterstützten die Inspizienten Transportwesen, Radarführungsdienste, elektronische Kampfführung, Luftwaffe, Jagdflieger ITC, den Inspekteur bei der Durchführung der Dienstaufsicht. In der Marine hatte beispielsweise der Kommandeur der amphibischen Gruppe zusätzlich die Dienststellung des Inspizienten der amphibischen Transporttruppen inne. In der Gründungsphase der Bundeswehr dienten die Inspizienten für territoriale Aufgaben beim Amt territoriale Verteidigung als Vorläufer diverser Institutionen. So zum Beispiel der Inspizient für territoriales Sanitätswesen, der Inspizient für Feldjäger oder der Inspizient für Musikchor der Bundeswehr. Aus den bis Anfang der 1970er Jahre dem Inspekteur des Sanitäts- und Gesundheitswesens fachlich unterstellten Inspizienten des Sanitätsdienstes der Teilstreitkräfte gingen später der Generalarzt des Heeres, der Generalarzt der Luftwaffe und der Admiralarzt der Marine hervor. Die 1973 im Luftwaffenamt aufgestellte Luftwaffen-Inspizientengruppe inspizierte für den Inspekteur der Luftwaffe die personelle und materielle Einsatzbereitschaft, überprüfte die Einhaltung von Vorschriften und klärte festgestellte oder angenommene Mängel. Sie wurde später in Abteilung Weiterentwicklung der Luftwaffe umgegliedert. Inspizienten der Bundeswehr Ausbildung Im Bereich der Ausbildung unterstützten heute die Inspizienten für die Offiziererausbildung. Die Unteroffiziererausbildung und die Truppenausbildung den Inspekteur des Heeres in seiner Eigenschaft als Truppendienstlicher Vorgesetzter und führen in seinem Auftrag Inspizierungen durch. Sie unterstehen dem Amtschef des Heeresamtes unmittelbar. 2010 wurde beim Streitkräfteamt die Dienststellung des Inspizienten Streitkräfte gemeinsame Ausbildung eingerichtet. Der für den Stellvertreter des Generalinspektors der Bundeswehr und Inspekteur der Streitkräftebasis in der Streitkräftebasis die Streitkräfte gemeinsame Aus- und Weiterbildung in deren Ausbildungseinrichtungen und Truppenteilen inspiziert und Truppendienstliche Vorgesetzte berät. Personalmanagement Reservistenangelegenheiten Beim Personalamt der Bundeswehr ist der Inspizient Personalgewinnung zugleich Leiter der Abteilung Personalgewinnung. Der Inspizient der Bundeswehr für die freiwillige Reservistenarbeit beim Streitkräfteamt ist im Auftrag des Stellvertreters des Generalinspektors für die Betreuung und Weiterbildung der Angehörigen der Reserve zuständig. Eingerichtet wurde diese Dienststellung 1961. Beim Herstellt diese Aufgabe der Inspizient für die Reservistenausbildung und Wehrübung im Heer. Sicher Bei der Luftwaffe die Gruppe Inspizierung in der Luftwaffe Sanitätsdienst Die Inspizienten für Wehrpharmazie, Zahnmedizin und Veterinärmedizin sind zugleich Unterabteilungsleiter im Kommandosanitätsdienst der Bundeswehr. Flugsicherheit Der General Flugsicherheit in der Bundeswehr führt als Streitkräfte gemeinsame Aufgabe unter anderem Inspizierungen bei allen fliegenden Verbänden. Der Bundeswehr durch Der Bundeswehr für die Bundeswehr Untertitelung des ZDF, 2020